Willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video tippen wir den 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Machen wir es schnell. Borussia Möncheng-Wettbach gegen FC Bayern München. Ja, Bayern München hat in der Halbzeit gegen Mainz hinten gelegen, 2-0. Aber jeder wusste, dass Bayern das eh drehen wird. Das endete mit 5-2. Weil, ich glaube, weil es ein lustiger Trend ist, dass Bayern wieder ein Gegentor bekommen wird. Und das auch zuerst. Und dann, wenn sie das drehen gegen Gladbach, endet es 1-2 für den FC Bayern München. Schalke gegen TSG Hoffenheim. Das ist das Spiel. Wird Schalke 04 den Tasmania-Rekord brechen? TSG Hoffenheim, bei denen läuft es nicht so. Haben gegen Freiburg, meine ich, 3-0 verloren. Obwohl, bei Freiburg läuft es zur Zeit auch. Hatten einen Run aus 5 Spielen gewonnen in Folge. Deswegen ist da TSG ein bisschen schwächer. Aber ich versuche es mir immer irgendwie auszumalen, dass Schalke 04 das Spiel irgendwie gewinnt. Und ich glaube an 1-1. Und ich glaube, dass Schalke mit Tasmania Berlin, ja, auf eine Höhe sind. Also nach diesem Rekord. Ich glaube, 31 und 31. Oder hat Schalke die jetzt überholt? Ich meine nicht. Dann, wie angesprochen, Freiburg, die einen richtig guten Lauf zur Zeit haben gegen Köln. Da glaube ich an ein 3-1-Sieg für die Freiburger. Bayer Leverkusen gegen SV Werder Bremen. Hier ganz klar, obwohl Bayer Leverkusen letztes Spiel verloren hat gegen Eintracht Frankfurt. 2-0 Sieg für Bayer Leverkusen. Mainz gegen SGE. SGE hat seit Jahren, ich glaube seit mehreren Jahren, nicht mehr gegen Mainz gewonnen in Mainz. Und ich glaube nicht, dass SGE das Spiel gewinnt. Sie werden das Spiel verlieren. 0-2. Ist halt immer so. Habt ihr mal ein Spiel gesehen, dass Eintracht Frankfurt gegen Mainz zu Hause gewinnt? Gar nicht. Ihr habt noch nie eins gesehen, weil es vor Jahren mal war, wo Eintracht Frankfurt mal in Mainz gewonnen hat. Es könnte sein, dass es mal das erste Mal wird. Aber ich glaube, ja, Mainz gewinnt das Spiel 2-0. FC Union Berlin gegen Wolfsburg. Ich mache mir da einfach mal einen 0-2 Sieg für die Wölfe aus. RB Leipzig gegen BVB. Robbie Babel Leipzig gegen Borussia Dortmund. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich sage einfach mal ein 1-1. Weil ich hoffe, dass Dortmund wieder punktet. Und ich hoffe, dass RB Leipzig mal ein paar Punkte liegen lässt. FC Augsburg gegen VfB Stuttgart. Bei VfB Stuttgart läuft es halt zu gut. Und deswegen 0-2 Sieg. DSC Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC. Hertha BSC hat das Spiel gegen Schalke gewonnen. Ja, muss man halt machen. Da habe ich gesagt 1-3 Sieg für die Hertha. So, das waren alles meine Tipps. So, ich wiederhole nochmal. Gladbach gewinnt. Äh, Gladbach gewinnt. Gladbach verliert gegen Bayern München 1-2. Schalke 1-1 Offenheim. SC Freiburg verliert nicht gegen Köln 3-1. Bayer Leverkusen gewinnt 2-0 gegen SV Werder Bremen. Mainz gewinnt 2-0 gegen die SGE. Union Berlin verliert 0-2 gegen Wolfsburg. RB Leipzig spielt unentschieden gegen Dortmund. Augsburg und VfB 0-2. VfB siegt. Arminia Bielefeld verliert 1-3 gegen Hertha BSC. Das waren alle meine Tipps. Schreibt mir eure Tipps gerne in die Kommentare. Und ja, dann schauen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.